Hallo liebe Mitglieder, in den letzten Tagen haben sich ja die Ereignisse jetzt überschlagen und jetzt muss man ja leider zumachen und es gab viele Fragenanrufe von euch und hier wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen Stellung nehmen zu den wichtigsten Themen. Wir wollen euch auch informieren, wie wir euch zu Hause versorgen können mit Sport. Dazu wird jetzt gleich der Jochen und die Jotta euch was erzählen und dann natürlich noch zu dem wichtigen Thema Beiträge wird der Simon und ich dann noch was dazu beisteuern. Und jetzt lasse ich erstmal die Jotta und der Jochen, weil ich erkläre, wenn wir versuchen euch bestmöglich zu unterstützen. Also es ist wichtig natürlich sich weiterhin zu bewegen, das Immunsystem zu stärken. Wir werden Kurse aufnehmen, Übungen euch zeigen und auch live gehen, Livekurse. Das Ganze werden wir auf Instagram und Facebook online stellen und euch da weiterhin informieren. Welche Kurse wir machen werden, wird der Jochen euch jetzt ein bisschen erzählen. Ja, ich weiß genau, dass ihr das gerne macht bei uns. Gerade die Beweglichkeit ein bisschen fordert, die Stabilisation. Da habe ich mir gedacht, da suchen wir Kurse raus, die euch mit Sicherheit gefallen werden. Gerade speziell in unserer 5Gym-Version. Also da machen wir auf jeden Fall mal zusammen eine gemeinsame Stunde und da habt ihr die Möglichkeit, euch auf jeden Fall da dementsprechend dann auch zu bewegen und die Freude daran zu haben, die Kurse mitzumachen. Es wird aber auch Zumba geben, es wird Yoga geben und zusätzlich wird es dann auch ein Onlineportal mit über 1000 Kursen für euch geben. Da braucht ihr dann einen Zugangscode. Wann das genau online ist, wissen wir noch nicht. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das so schnell wie möglich auf unserer Homepage implementiert wird. Ich denke Ende der Woche, Anfang nächster Woche, werdet ihr da mehr Informationen dazu kriegen. Solltet ihr irgendwas wissen wollen, Hilfe brauchen, von 9 bis 12 ist telefonisch immer jemand erreichbar hier im Fitnesspark unter der Woche. Oder schickt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr den Code wollt und ihr bekommt ihn, sobald wir den Code haben. So, und jetzt müssen wir noch zum zweiten Thema ein bisschen was sagen, zu den Beiträgen. Also, wir können diese ganze Geschichte nicht ohne euch stemmen und sind da auf eure Loyalität und auf euer Gutwollen angewiesen, dass wir hierher gehen und sagen, einfach wir werden euch das auch irgendwie zurückvergüten können über Getränkeflatrates oder dass ihr eure Beiträge dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal stilllegen lassen könnt und so weiter. Das müssen wir mal genau erarbeiten, wie wir es genau machen. Aber ansonsten heißt es erstmal zusammenhalten, dass wir erstmal die Zeit hier gut überstehen und dass wir auch hinterher auch wieder für euch komplett in ganzer Stärke wieder da sein können. Und da vertrauen wir uns einfach vorher bei Mitarbeit. Wir tun alles dafür, dass wir euch dementsprechend hier unterstützen können von zu Hause aus. Könnt ihr auch gerne hier mal immer wieder was zu schreiben, wenn ihr wollt, wenn ihr Probleme habt, auch mal irgendwelche Probleme oder sowas. Ich werde vielleicht auch mal ein paar Videos machen, wie man hier über dem Pfeif euch helfen kann, was man zu Hause machen kann. Ich werde mir da überlegen, welche Instrumente man daheim hat, was man da nutzen kann und so weiter. Dass wir euch da unterstützen und so wünsche ich mir auch, dass ihr uns unterstützt in den nächsten paar Wochen. Bleibt gesund, wir sehen uns bald bei Fragen, Sorgen, ruft uns an. Wir helfen euch gerne weiter. Wir sehen uns bald. Viel Schreifung, ja. Tschüss. Hoffentlich bleibt gesund, ja. Ciao.